Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Tipps und Tricks. Ja, ich habe jetzt bei der bunten Ballerei die Prestigemission freigeschaltet. Jetzt gucken wir mal da rein, was jetzt hier passiert. Erstmal hier die ganzen Belohnungen einsammeln. Geil. Sprühbündel. Jo, gucken wir mal rein, ne? Prestig bereit. Prestigepaket. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Eliminierung mit einer Maschinenpistole im Verlauf eines Matches. Durchsuche Truhen in Containern mit Fenstern. Besprühe Autos oder Lastwagen an verschiedenen benannten Orten. Durchsuche Truhen in Containern mit Fenstern. Alles klar. Ja, schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da rum. Da schreibt was in die Kommentare oder nicht in den Kanal. Und schaltet es nichts mehr da an, wenn es wieder heißt Fortnite. Tipps und Tricks mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht es gut, bis dann und tschüss.